Hallo liebe Leute, heute geht es bei mir um Fokus. Seid mal ehrlich, wann hattet ihr das letzte Mal das Gefühl, so richtig fokussiert und im Flow zu sein? Top leistungsfähig und voll konzentriert. Nicht ganz leicht zu erreichen heutzutage, stimmt's? Das liegt daran, dass wir heute schon mehr als 5 mal so viele Informationen aufnehmen als noch vor 20 Jahren. Dadurch ist unser Gehirn quasi dauernd beschäftigt. Neben den Informationen, die wir uns merken müssen, sind da die Dinge, die wir beachten oder erledigen müssen und dazu der nicht abreißende Strom von Nachrichten und Statusmeldungen über die sozialen Netzwerke. Unser Gehirn ist nun mal so angelegt, dass es ständig wissen will, was neu ist. Das macht es schwierig, sich dem zu entziehen. Der pausenlose Beschuss dieser Unmengen von Daten macht unsere Neuronen müde. Dazu kommt, dass die ständigen Unterbrechungen durch das Smartphone und Co. stören. Sie zerstören unsere Aufmerksamkeit wie Konfetti. Die Idee, dass wir Menschen multitaskingfähig seien, ist eine Legende. Sie wurde inzwischen von der Hirnforschung auch sauber widerlegt. Aber das ist noch nicht alles. Fragt mal eure Eltern, wie bei denen die Wochenenden aussahen, als sie Kind oder Student waren. Der Sonntag war tatsächlich ruhig, um nicht zu sagen langweilig. In unserer 24-7-Welt werden die Zeiten, in denen wir uns wirklich ausruhen können, immer weniger. Einerseits, weil uns alle Möglichkeiten offen stehen und wir ständig Angst haben, etwas Cooles zu verpassen. Andererseits aber auch, weil das zu leistende Pensum zu steigen scheint und es keinen klaren Schnitt gibt zwischen Arbeit oder Studium und Freizeit. Was also tun? Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn immer Gedanken produziert. Dazu ist es schließlich da. Für die meisten Menschen ist es hilfreich, einen Modus zu finden, in dem wir Gedanken vor sich hin plätschern können, ohne dass sie bewusst wahrgenommen werden oder ernst genommen werden. Der Gedankenstrom wird dadurch allmählich langsamer und ruhiger und Zusammenhänge können hergestellt werden. Das kann beim Joggen gelingen, in der Badewanne oder beim Malen. Eine sehr gute Methode ist die Atmung. Das heißt, sich bewusst mal für ein paar Atemzüge auf den Atemrhythmus zu konzentrieren und sich sprichwörtlich eine Atempause zu gönnen. Bewegung ist eine weitere gute Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen. Am besten draußen im Tageslicht und in der Natur. Denn durch Bewegung können wir besser denken und lernen. Wer die Möglichkeit hat, kann auch ein Powernap machen. Das heißt, ein kurzer 10 Minuten Schlaf. Das ist sozusagen die Tiefenerholung fürs Gehirn. Wer das nicht schafft, kann auch eine Runde Tag träumen. Auch das hilft dem Gehirn, sich zu regenerieren. Beim Nichtstun tut unser Gehirn nämlich oft das Entscheidende. Es schweift ab und beschert uns einen guten Einfall. Egal wie ihr es macht, wichtig ist vor allem, dass ihr sicherstellt, dass ihr öfter mal auf Sendepause geht und von Umwelt und Smartphone in Ruhe gelassen werdet. Danke fürs Zuhören, macht mehr Pausen und achtet auf euch. Das war Lukas zum Thema Fokus. Das war Lukas zum Thema Fokus. Danke fürs Zuhören.